Freiheit ist für uns ein Geschenk. Als Landzeitreisende sind wir seit 2020 unterwegs, um neue Abenteuer zu erleben, neue Horizonte zu entdecken und Menschen zu begegnen. Wir sind Fenni und Totti. Wir sind die Trottelers. Oh Mann! Endlose Bikes! Ja! Es ist ein komplett verletztes Auto. Er wurde bei der Polizei kurz vor, bevor er eine Beobachtung hat, weil seine Auto ist so... Würdest du es gerne für einen kurzen Rennen? Ja? Oh mein Gott! Look at this beautiful beast of car manufacturing. Wow! Oh mein Gott! Das ist ein Windchake! Wooh! Wooh! Ja! Wow, mein Freund! Wie ist das? Der Blöde! Das ist unser Wien! Wie ist Beata, unsere Freundin aus Hungary? Wir haben sie die erste Mal in der Türkei kennengelernt. Ja. Und dann noch drei Mal in... Two Mal in Dubai? Two Mal in Dubai! Two Mal in Dubai, eine Mal in Saudi-Arabien und heute hier in Palermo, Sicilien. Schön zu treffen! Mit der Mitte ist ein Travel Candies on Tour